ich weiß ehrlich gesagt nicht wie es euch geht aber den heutigen tag den finde ich im deutschen aktienindexe tatsächlich maximal anstrengend und damit herzlich willkommen zum heutigen daxer mittag ich freue mich natürlich wie immer dass ihr dabei seid wie immer ist dieses video keine empfehlung zum kauf oder verkauf von finanzinstrumenten und natürlich spiegelt das video auch nur meine meinung wieder ganz ganz wichtig und ja wie sieht meine meinung zum deutschen aktienindex aus ihr seht ihr die meine meinung von heute früh es lohnt sich also unseren kanal zu abonnieren denn ich habe heute früh auch noch mal einen dax update rausgehauen nachdem der markt ja gestern so massiv eingebrochen ist bin ich eigentlich von einer gewissen erholung also schwache eröffnung gewisse erholung ausgegangen dann aber mit der chance wieder nach unten weg zu brechen das dumme ist der markt ist immer für überraschungen gut nachdem wir die letzten zwei drei handelstage sehr volatile bewegungen gesehen haben kommt der markt heute einfach mal bärisch in den tag und dann mischt er bleibt schlichtweg da unten am tief kleben hat in den ersten fünf minuten im grunde seine gesamte handelsspanne hingezaubert die wir heute überhaupt gesehen haben und hängt hier am tief und weigert sich sogar obwohl wir so eine leicht bärische tendenz haben wobei das auch schon übertrieben ist aber hier so eine falle liebe er weigert sich einfach mal neues tagstief zu machen immer wieder pünktchen kurz vorher nach oben gedreht tut man so als wenn man nach oben durchstatten und dann passiert nichts also ist wirklich in meinen augen maximal anstrengend der heutige handel einfach weil nichts passiert weil der markt komplett wieder mal seine struktur verändert hat nach der volatilen phase gestern oder auch am freitag letzter woche jetzt kompletter stillstand und das am aktuellen tief wie geht es weiter also zunächst einmal die pfeile selbst kann ich erstmal rausnehmen die haben sich erledigt wir schauen hier wieder auf den dax future bitte dran denken wir können gleich noch mal den dax einschalten aber der dax notiert aktuell damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt bei 17.755 punkten und der future bei 17.980 punkten wir haben also weiterhin so circa 225 punkte unterschied zwischen dem future und dem index der future notiert höher also damit ihr das so ein bisschen umrechnen können so meine ausgangsbasis für heute war eigentlich ich hätte gerne eine erholung zum ja zumindest zum gestrigen schlusskurs zumindest den versuch dahin gesehen um dann nach unten weg zu brechen das haben wir nicht geschafft ich hätte zumindest auch erwartet dass man versucht in das gap von heute früh hineinzulaufen wobei gaps gibt es ja eigentlich nicht mehr durch die neue berechnungsmethode im deutschen aktienindex aber ihr wisst was ich meine dass man da rein läuft und dann nach unten weg bricht das hätte uns wenigstens noch mal eine möglichkeit gegeben einzusteigen das haben wir aber alles nicht der markt schafft es ja eben nicht mal hier ein widerstandsbereich so ein bisschen mal den ausbruch zu starten und dann einen fehl ausbruchs daraus zu machen weil das was immer eine sehr gute training gelegenheit darstellt auf der unterseite ist aber genau dasselbe wir haben auf der unterseite des tagestief nicht rausgenommen weder prozyklisch nach unten beschleunigt noch dort in bullisch in den bärisches fehl signal generiert womit man hätte long einsteigen können und damit kann ich euch sagen wie man an diesem heutigen handestag richtig geld verdienen konnte und das hat sich natürlich auch im falle beziehungsweise relativ früh gezeigt das war einfach immer unter dem point of control der lag vor kurzer zeit noch ein stückchen höher da drunter long da drüber short typisches renstrading und das momentan auf einer maximalen schwankungsbreite von ja ich nenne es mal so circa 30 40 punkten also das ist ja durchaus ein bisschen was passiert die man dort hätte handeln können und das war momentan das credo andere bewegungen swing trades trend trades die gab es heute definitiv nicht und ich bin jetzt an dieser stelle auch persönlich raus ich werde hier keinen trade mehr zum jetzigen zeitpunkt platzieren einfach weil ein gerade was swing und trend trades angeht weil die lage völlig unklar ist kann mir sehr gut vorstellen dass der markt hier immer noch diese art renstrading weiter betreiben möchte und da dann auf die amerikaner wartet und dort auf eine entscheidung wartet wie kann das ganze jetzt aussehen das ist halt momentan in meinen augen sehr problematisch zu beschreiben wir haben natürlich übergeordnete bärische tendenz kommen nach oben nicht durch das sorgt eigentlich für momentane risiken der dank der dax steht aber eben auch schon hatten wir uns eben angeguckt mit 1,47 prozent im minus das heißt auf gut deutsch die normale tagesschwankungsbreite ist zu einem großen teil schon ausgeschöpft was soll da nach unten gehen normalerweise nicht mehr viel außer wir leben erleben einen sehr bärischen tag sehr bärische tage sind aber statistisch gesehen wieder unwahrscheinlichere tage also ihr merkt worauf das hinausläuft und ihr merkt auch warum jetzt tatsächlich im nachhinein auch so eine range sehr gut begründbar ist das abwärts gab definitiv bärisch aber volatilität technisch am limit also was macht der markt er läuft seitwärts und da würde ich heute wirklich so leid es mir auch tut wirklich tendenziell a diese art des renstradings weiter betreiben meine ausgangspunkte wären relativ klar ich würde sowohl an der obergrenze als auch untergrenze also 18 20 18 30 auf der oberseite einen fehlausbruch zunächst einmal short versuchen oder auf der anderen seite falls der ausbruch zuerst nach unten kommt den fehlausbruch long versuchen wenn der markt ausbricht und sich dann wieder stabilisiert dann kann man immer entgegengesetzt die position eingehen also antizyklisch gegen den ausbruch und natürlich die absicherung dann auf den jeweiligen extremer nicht vergessen das ist so ein bisschen der rahmen was so mein erster ansatz wäre einen direkten ausbruch weder oben noch oben noch unten würde ich nicht handeln wäre mir an dieser stelle zu riskant der ausbruch selbst kann natürlich auch relativ überschießend mal 10 20 punkte laufen deswegen auf alle fälle in meinen augen diese erste gegenbewegung einen ansatz dieser gegenbewegung abwarten dann genau hinschauen denn wenn der markt und das ist immer wieder das gleiche spiel wird vielleicht für den einen oder anderen langweilig wenn er unseren kanal abonniert aber wenn wir aus einer solchen phase raus kommen für einen trend möchte ich immer einen ausbruch einen pullback und dann eine bestätigung des ausbruchs sehen das heißt auf der unterseite müsste der markt das long signal was ich dann habe das dürfte sich nicht gut entwickeln und der markt müsste auf ein neues tief fallen die long position ausstoppen dann haben wir gewisse risiken nach unten und das gleiche gilt auf der oberseite um das gap zu schließen oder zumindest mal in richtung des gestrigen schlusskurses zu laufen muss die rennisch verlassen werden pullback und dann müssen neue hochs folgen das wäre so ein bisschen der rahmen in dem wir uns bewegen wie ich vorgehen würde auf der oberseite wären ziele natürlich der bereich gestrige schlusskurs hier im future zum beispiel die nächste volumen zone um 18.125 18.150 punkte rum auf der unterseite da wird spannend da müsste man weiter raus zoomen da könnte es dann auch noch mal 50 oder 100 punkte tiefer gehen wohlgemerkt die volatilität des tages heute ist auch schon ausgeschöpft da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein also ich speichere den schaden mal ab ich hoffe ich konnte euch trading technisch ein wenig beleuchten wie ich den markt momentan sehe und warum ich auch nur graue pfeile einzeichne gehen wir kurz auch noch mal auf den deutschen aktien index ein wie es dort aussieht und dann gucken wir auch vielleicht dort noch mal auf der unterseite ihr seht heute den schwachen handelstag und die große bärische kerze und ihr seht dass wir hier wenn wir jetzt ein bisschen rein zoomen einen support bereich so um diese 17.610 punkte herum haben 17.600 punkte herum haben denkt daran das ist das kursziel für die korrektur was wir schon am anfang ausgerufen haben könnte man dann tatsächlich direkt abarbeiten ich hätte eigentlich eher über den umweg gedacht aber naja was soll's das wäre so mein ziel deswegen auch nach unten so diese 50 60 70 punkte die man dann noch platz hätte falls der markt die heutige intra die range nach unten lässt auf der oberseite wäre für mich der bereich 17.960 punkte die volumen zone die wir haben so die erste schwierige zone die man dann anlaufen könnte und die dann den markt beziehungsweise in der erholung bremsen könnte viel mehr glaube ich wird er heute nach oben dann auch nicht gehen wobei das schon sehr viel wäre also wenn ich mir vorstelle der markt pusht hier bis nach unten und zieht dann noch mal bis in den bereich 17.970 punkte nach oben das sind dann auch 200 punkte kursgewinne das ist schon nicht wenig in in einem solchen in anführungsstrichen bärischen umfeld also von daher auch im dax jetzt noch mal ein bisschen das aktuelle szenario übertragen können uns auch noch kurz mal den 30 minuten chart anschauen das ist natürlich auch so das ist keine handelbare kerze gewesen katastrophe dass das überhaupt so eingezeichnet wird aber das ist halt die neue berechnungsmethodik im dax was wir sehen ist diese range und es bleibt auch hier dabei die range oberkante liegt hier bei diesen knapp 17.800 punkten die range unterkante bei circa 17.750 punkten und wenn ich hier die pfeile einzeichnen bleibt es genauso ich zeichne jetzt mal nur die trendpfeile ein was ich für eine entsprechende trendbewegung sehen möchte ausbruch pullback neue hochs dann eben in richtung der schlusskurse der der entsprechenden rahmenbedingungen der entsprechenden widerstandszonen und auf der unterseite genau dasselbe dann für einen bärischen trend in richtung der 60 punkte nochmal die wir da nach unten haben das wäre dann die bärische basis ihr seht auch warum ich das volumenprofil lieber im future mache als im dax selber weil durch die ganzen schluss auktion im dax und co sieht das bild immer sehr ekelhaft aus sehr verzehrt aus zum teil und das sieht man im future wesentlich besser nichtsdestotrotz soll es das für den deutschen aktienindex gewesen sein heute in diesem zählen range markt muss man sagen ich drücke euch auf alle fälle bei euren entscheidungen die daumen wünsche euch gutes gelingen freue mich wenn ihr morgen wieder dabei seid um 13 also spätestens 13 uhr solltet den dax am mittag geben bis dahin euch einen schönen handelstag erfolgreiche tritts und bis morgen